Okay, dann machen wir mal hier im Hexenkessel weiter, anders kann ich es ja quasi gar nicht beschreiben. Ich glaube nicht, dass ich hier sein sollte. Irgendwie, also keine Ahnung, ich bin hart underleveled vielleicht, keine Ahnung. Der letzte Kampf hat mich beinahe gebrochen, also wirklich. Ich weiß auch nicht, was da abging. So, um Himmel, what the fuck, was ist denn das jetzt? Viereinhalb Sterne? Ach du Scheiße. Da hat es ja quasi gelohnt, der Kampf. Damn. Okay, das ist wild. Das ist ja ein ganz wildes Ding hier. Okay, ähm, da ist die nächste Drohung. Irgendwas für Beretor? Ja, ist auch okay, ich nehme hier auch. Ist auch okay, ist okay, ist in Ordnung. So, wir sind hier aber falsch. Warte, wo komme ich denn jetzt hier raus? Ähm, 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 okay. Ist das doch der richtige Weg vielleicht? Das ist eine Drohung. Oh, hier sind mehrere Drohungen. Oh mein Gott, okay. Ähm, ich werde aber belohnt für diesen Kampf. Waffenschutz? Waffenschutz? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ähm, warte mal, warte mal. Warte, eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf Dinger dürfte tragen, ne? Okay, fünf Steine darf man tragen, perfekt. Ja, das ist aber auch nicht so die... Also, naja, ging besser, ne? Lember Stoat, nein, ich beschwere mich nicht. Haben oder nicht haben, ne? Ähm, apropos haben oder nicht haben. Ah, okay, hier lang. Doch, man... Man wird schon belohnt für den Kampf. Das ist aber auch fair, weil der war nicht ohne, also... Der war sehr unangenehm. Ist okay, ist in Ordnung. Was für Geräusche höre ich denn hier die ganze Zeit? Wer ist denn das? Naja, irgendwo ist ja auf jeden Fall ein Missionsziel. Ähm, da würde ich gerne hingehen. Hier lang? Ne, hier ist es nicht lang. Oh, das ist ja wie ein Labyrinth hier. Ähm... Hm, okay, wir müssen weiter nach unten auf jeden Fall. Ja, das ist schon besser. So. Und dann Rechtsklanken. Oh, da kommen wieder Gegner. Das ist ja wunderbar. Ja, die Gegnerfreie Zone ist wieder vorbei. Toll. Schön. Wunderbar. Ich freue mich. Na, die werden gleich zuschlagen. So. Stoßt bei Helms Klam zu Eomir Shah. Es gibt Krieg. Na, es gibt Krieg. So nämlich. Mehr Verbündete. Wunderbar. Reiter am Westen des... Was? Neue Tagung und epische Szene. Der Ritt nach Edoras. Während du Gen Edoras ziehst, wendet sich das Schicksal. Ich verließ Fangorn an der Seite meiner Gefährten. Oh, schön. Schattenfell. Der Fürster Mörr trug mich in Windeseile nach Edoras. So schnell es unsere Pferde zuließen, ritten wir zur goldenen Halle. Dort werde ich Sarumans Fluch brechen und Rohan auf den Krieg einschwören. Ja, und wir werden dir dahin folgen. Keine Angst, Gandalf. Keine Angst. Wir kommen da auch noch hin. Warte, wo gehe ich jetzt hin? Wo bin, wo bin, äh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Okay, ich speichere nämlich mal gerne. Das ist überhaupt kein Problem. Finde ich wunderbar. Okay, sehr gut. Ja, ich möchte gerne das Spiel fortsetzen. Danke. Äh, wie sieht denn das aus mit, ähm, Auftrag. Da. 50 Prozent. Also, das Spiel geht noch ein bisschen. What the fuck? Äh, begonnen. Wir haben uns Familie. Wir haben uns Eltern auf ihrem Dorf gefahren. Niemand weiß, wo sie sind. Hilfen, Morven sie zu finden. Ja, 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 beendet, beendet, begonnen. Reiter aufs, ähm, am Saumfang Gongs. Okay, ey, das sind ein paar Missionen, ja. So. Äh, darf ich hier durch? Hallo, ich muss durch. Halt! Im Namen des Königs. Lasst uns passieren. Ich muss meine Familie finden. Ich habe meine Befehle, Herrin. Niemand darf ohne Erlaubnis passieren. Kommt! Sammeln wir die Reiter Rohans. Dann lässt er uns hinüber. Ah, okay. Also, ich darf echt noch nicht passieren. Okay. Das ist, äh, das ist fair. Fair wäre auch, wenn hier eine Truhe ist. Wunderbar. Beretop, Beretop, Beretop. Oh, Moment mal. Da werde ich ja ganz hellhörig. Was ist denn das jetzt alles hier? 49 Damage? Wie viel macht meine gerade? Ja, das ist besser. Hm, hm, hm. Zwergenring der Macht. Was trage ich gerade? Äh, Rüstung 3 und Rüstung 9. Holy shit. Oh, nicht schlecht. Ist hier noch was? Ne, ne? Ne, okay. Hier ist leider eine unsichtbare Wand. Okay, ähm, wir werden jetzt aber... Kann ich hier lang? Kann ich? Oh Gott, will ich das überhaupt? Oh, nein. Schwertkunst. Äh, dreifach Nahkampfangriff. Zeig mal. Ja, oder gar keiner. Nur ist auch okay. Na, warum nicht? Kein Problem. Überhaupt kein Thema. Ah, der trifft einfach gar nicht. Das ist ja wunderbar. Peng. Ach, die sind nervig, diese Wilderer. 600 Damage. Ey, wo kommen wir denn da hin? Steinschwinger. 1.300 Damage. Immerhin. Dune Land Heap. Okay. Ey, lass mich gerade in Ruhe. Ey, das ist jetzt aber nicht nett. Was soll denn das? Na toll. Hi, darf ich auch mal wieder angreifen? Wir haben langsam wieder Zeit. Ja. 900er Crit, wird's mich verarschen? Ja. So, können wir den jetzt wegmachen? Das ist ein Dreifachschlag. Ah, ne. Warum auch? Ah, gar kein Problem. Ach, ist gar kein Problem. Boah, ich riskiere aber jetzt einiges, ne? Geh drauf, geh drauf, geh drauf, geh drauf. Oh, oh. Das war zu riskant, oder? Ey, einer weniger. Wenn ich schon nicht treffe, dann regelt der Gegenangriff. Oh Gott, 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 oh wieder auf, Peretor. So, okay. Schwertkunst. Wo war denn das jetzt? Bein an der Knie. Oh, nee. So, ich will doch den Angriff einmal nur sehen. Geht das? Komm. Das ist doch nur ein Dreifachangriff. Ich weiß, warum der oft daneben geht. Der ist ja so OP. Ach, du Kacke. Okay. So, wir werden jetzt mal ein bisschen heilen. Schade ja nicht, ne? Cool life. Yeah. So. Feind provozieren. Das heißt, der greift dann Harthot an, ne? Müsste er eigentlich. Äh. Nee, nee, komm. Weißt du was? Der hat ja noch ein bisschen Leben. Wir machen das schon mal so. Blutende Wunde. Nee. Panzerbrecher. Ja. Hat der höheren Rüstungswert? Dafür müsste ich eigentlich mal... Ich müsste mal den anderen Waldläufer einsetzen, ne? Damit ich den mal scouten könnte, was der so hat. Ein Dummi-Spiel. Naja. Full life. Sehr schön. Mit jetzt ein bisschen Glück trifft dieser Spell wieder. Mit sehr viel Glück. Boah, Beretor ist mein neuer Liebling. Hahaha. Okay. Sehr gut. Schön. Hattet Aufstieg. Jupp. Und ich krieg ein paar Items. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich weiß halt immer nicht, wo geh ich denn jetzt hier hin? Oh. Oh. Komme ich jetzt von der anderen Seite wieder raus? Ja. Komme ich tatsächlich. Ach, das ist ja cool. Verstehe. Das heißt, ich hätte diesen einen großen Kampf umgehen können, wenn ich direkt hier lang gegangen wäre. Okay. Alles klar. Verstehe. Du dann. Gut. Geh mal weg damit. Vielleicht dax. Ähm. Warte mal. Weitläuferkünste. Nein. Untersuchen. Das sind ja quasi selben. Schwer. Scharf. Empfindlich. Gefährlich geht. Ne. Ja, 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 ja. Immun. Magie. Ne. Oh, je, je. Okay, das ist aber nicht so gut. Ja, den Gegenangliff hast du ja auch verdient. Recht dax. Ähm. Wir heilen mal, äh, die Real selbst. Ui. So. Boah, 800 Damage. Okay, Elegost ist hier überhaupt nicht zu gebrauchen. Schwertkunst. Wenn das trifft, ist er tot. Es muss nur treffen. Und da kam so noch der Crit reingeschallert. Wunderbar. Oh, komm, das ist mal morgen ein bisschen. Das ist auch cool. Axtkünste. Doppelschfinger. Hau mal drauf. Zeig mal, ob du kannst, wenn du triffst. Ey, war doch gar nicht so schlecht. Na, okay. Ein bisschen Damage ist okay. Ähm. So. Zack. Wunderbar. Ähm. Ne, 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 ne. Ich will hier nicht stehen. Doppelschfinger. Wird den nicht umbringen, aber ist okay. Es bringt... Oh, die ist gar nicht so schlecht. Okay. Das ist wirklich unfair, dass meine Gruppe nur aus drei Leuten bestehen darf. Das muss ich mal sagen. Das ist schon unfair. Das ist schon unfair, wirklich. So. Statistik. Idrial. Wobei, warte mal. Ein bisschen Tempo rein. So. Statistik. Du musst definitiv geschickt. Gelevelt bekommen. So. Und du ebenfalls. So. Und du bräuchst noch ein bisschen Tankiness. Zack. Noch irgendwer hier? Nope. Okay. Äh. Das heißt, ich muss sogar nach rechts wieder. Dafür müsste ich aber einmal zum Speicherpunkt, weil ich hab wirklich immer noch Schiss, dass das Spiel mir irgendwie abschmiert. Bisher? Ey, wunderbar. Ich glaub nur einmal ist es abgeschmiert. Das funktioniert super. Also die gute alte 360. Macht das echt gut.